Hallo, grüße euch wie immer aus Paraguay und warst wie immer beim Superwetter. Heute sprechen wir über drei größten Städte Paraguays. Und da ich mich kurz fassen wollte, spreche ich in diesem Video über Asunción, also die Hauptstadt Paraguays Asunción. Also Asunción, auch Großraum Asunción genannt, da wohnen ungefähr fast drei Millionen Leute. Also allein in Asunción glaube ich nur 600.000 oder 700.000, also die Paraguay-Wissen haben auch ganz genau. Aber grundsätzlich, der Großraum Asunción ist eine riesen Macht, also fast drei Millionen Leute. Und was ich euch sagen will, die Entwicklung ist rasant. Also Paraguay hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr entwickelt. Und das lohnt sich viel zu investieren, glaub ich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, schaut euch das einfach an. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Hallo, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich muss mich, wie ihr seht, fast immer vor der Sonne schön verstecken. Also, falls euch gefallen hat, wirklich sämtliche Fragen, falls ihr habt, bitte wie immer unten in den Kommentaren hinterlassen. Und sonst würde mich interessieren, was hält ihr grundsätzlich von Großstädten? Wird ihr gerne in so einer großen Stadt wohnen? Ich nicht. Nein, 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 nein. Also, da hinzufahren, ein, zwei Tage, da bin ich schon totmüde von der Verschmutzung, von dem Lärm. Also, ich bevorzuge schön unseren schönen kleinen Garten. Okay? Aber eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall. Bitte sämtliche Hinweise und eure Meinung auf jeden Fall unten in den Kommentaren. Wie immer, einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.